Guten Tag, mein Name ist Reusch, ich bin derzeit noch Abgeordneter des Deutschen Bundestages, gehöre der AfD-Fraktion an und scheide nach nunmehr vier Jahren aus dem Bundestag wieder aus. Ja, da ist ein bisschen Wehmut drin, aber auch sehr viel Erleichterung. Also wenn ich es anteilig würde ich mal so 80 Prozent Erleichterung, 20 Prozent Wehmut. Also ich bin fast versucht zu sagen die deutsche parlamentarische Gesellschaft, wo man in einem sehr feinen, angenehmen Ambiente sehr gutes Essen zu zivilen Preisen genießen kann. Ein absolutes Privileg hier in Berlin. Die Tücken des Abgeordneten-Daseins bestehen im, ja, in dem Zeittakt, dem man unterworfen ist. Ich bin, seit ich Abgeordneter bin, nicht mehr regelmäßig zum Sport gekommen. Das macht sich hier und da bemerkbar, wenn man gewohnt war, sein Leben lang eigentlich Sport zu treiben. Geht anderen auch so, da hat sich dann das Sakko ein wenig bespannt, bei mir wird es leider nicht. Mein Tipp für die Neuen, nehmt euch bloß nicht so richtig, ihr seid es nämlich nicht. Viele Neue kommen hier an mit Kopf voller Ideen, mit geschwollener Brust, voller Begeisterung über den erzielten Erfolg und glauben, jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt und wird die Welt aus den Angeln gehoben. Das wird sie nicht, jedenfalls nicht von den Neuen. Du möchtest noch mehr wissen? Dann klick auf mitmischen.de, das Jugendportal des Deutschen Bundestages.